Warte voll, ich krieg grad voll die Störbrüche von Armin. Ich stöße nicht. Du weißt, wie das funktioniert, oder? Ja, ja. Ich tu das in die Kiste, Lukas, ne? Also einmal hier den. Ist nicht viel, aber ist etwas. Und dann geht's dann wahrscheinlich, wenn alle dann zugucken, wie das Weizen abfliegt, dann geht's dann wahrscheinlich der Leck los. Du siehst aber hier, dass das nicht funktioniert, ne? Moment. Ja, ich, äh... So ein Bett gelang. Peter, darf ich mir Klappelsung davon klauen? Nein! Wow! Sollten wir mal wieder Richtung Bett gehen eigentlich? Was? Langsam sicher, Bett, Alter. Ne, das war zu kurz. Ich krieg auch keinen Scham. Ich wollte daran vorbeispringen, dann ist mir aufgefallen, oh, Schlucht! Ah ja, ich lege auch eins gerade über. Das ist nicht, ja. Wow, ja. Schluss. Gut, okay, gut. Oh, Lukas, da hängt ein Kiefer auf unserem Haus. Fick dich! Ja, wir gehen jetzt nicht den auslösen. Nicht das so. Das ist ja 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 so. Das Kutzhaus, oder? Das Ding hier? Ja, das ist der Durchlauf. Das ist ja so. Wir haben uns noch zu viele Türen. Mein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir jetzt nichts... Schlag erstmal ein Zombie zu bei. gut antrennt Prozent verflügel ist Fremd Bauer hat auch da schon ein Homeset im im Chatabner das ist das war alles bewegt aber ich fresse ihr scheiß alle beim Kuss durch Haus und Marathon es war jeden Fall der Fassi GmbH wieder du bist ausgeschieden und Lukas ist erster für den Pfeil bei dem Fuß in Klammern Dschungel hat das links von dir liegt noch ein Kripper und schon wieder genau den Reif und verliebt und ich habe doch einer Lukas es ist aber ein weiterer Prozess und das ist eine Vorrede Prozess und das ist so ein Schlager aber oder ich bin nicht für die überhaupt noch zu sehen das Schnauhr sie vielleicht einsteck aus hat irgendwer noch 6 Kabelstern Oder muss ich jetzt ernsthaft abbauen gehen, irgendwo? Ich hab zwei Kammelstum. Ja, bring einen Redstone mit. Dein Gesicht, Peter! Ach, das bringen wir am besten auch mal mit. Nee, lieber nicht. Oh, Lukas, hier, ich steh unten. Auf Eingang. Ja, das ist in der Truhe, richtig. Das ist ja jetzt einfach so in der Truhe so. Ob Blank sogar schon, das ist aber gut. Nein, das wollte ich nicht. Ah, fuck. Danke. Ja, das war unsortiert, Ding. Egal. Weiß nicht, was das war. Ja, das war hier. Ja, das war hier. Jungle, Jungle, Jungle Wood, aber auch nur. Ah, nicht, nicht, Planked. Also nicht Planked. Oh, oh, ich glaube, ich verrecke. Nein, nein. Oh, ich liebe. Ja, da. Schnorrer. Ist mir sicher. So, was gleich mit den Schnorrer machen. Du gräbst hier einfach mal gerade runter, um ein bisschen zu farmen. Wir müssen eigentlich mal hier einfach irgendwo im Dorf runtergraben. Zieh euch das mal rein, ey. Peter, das musst du jetzt mal gucken, ey. Das ist herrlich. Da kommt einfach kein... Moment, ich bin noch im Weg. Ich fühl mich ja so dermaßen getrollt gerade, ne. Ich grabe runter, neben dem Setzling. Komm wieder hoch, ist da ein Baum, ey. So eine Scheiße. Ja, ich hab mal einen Baum gefunden. Hier, ich hab dir ja hier einen Ausweg gemacht. Oh, danke schön. Da sind sogar Steine zum abgraben. Ich hab schon genug. Ja, ich wollte sagen, ich brauch auch Steine. Sechs Stück. Ich will auch zwei nehmen. Ich hätte drei, aber ich brauch selber Steine. Hier ist noch unsere alte, grandiose Weizenform. Wo du gefailt hast, du hast die Weizenform aus Stein gemacht. Da ist der Fehler. Ups, ne, das nächste Form. Problem ist wieder, dass die oberste Ebene eins so weit ist, weil ich verpeil das immer. Schlecht ist richtig. Yes, sir. Oh, hm. Hm, Problem. So, geh erst in Schaufel. Hm, nö, nicht mehr. War schon zerstört für deine Sanddinger. Ähm, warum liegt hier Wasser rum? Also, woher kommt hier? Warum liegt hier Wasser rum? Warum liegt hier Wasser rum? Warum liegt hier Strom? Äh, meinst du das, was du hier? Entschuldigung. Moment. Wo bist du überhaupt? Ach, egal. Ich muss wie ein paar Blumen fahren. So. Spielt seine Spule war ziemlich gut. Ja, da gibt es nichts zu spielen. Ja, du kannst das Schwule. Gibt es jetzt nicht seit neuestem auch irgendwie so Vasen, die man machen kann? Mit, wo man dann Blumen reinpacken kann? Oh, ja. Kannst du mal sagen, sowas brauchen wir? So brauchst du so Lehm oder, wie heißt das Lehm, Ton, Zwiegel, irgendwie sowas? Ja, keine Ahnung. Das bin ich gerade am... Das Zeug jedenfalls. Farmerahmen. Clay, Lehm, genau. Äh, ja. Ich hab schon... Äh, ich weiß noch, wo noch welches war. Direkt im... Im Haus? Äh, ne, im Haus. Äh, neben... Im MPC-Dorf. Das war's. Im MPC-Dorf. Im MPC-Dorf? Ja. Im MPC-Dorf. Chris ist wieder so still geworden. Chris, was machst du? Chris holt sich gerade einen auf seinem Baum. So. Deswegen will er das abholzern. Ja, ich baue. Ich baue, ja, ja. Heulen und Leichtbaum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Oh, ne, wir sind, bitches. Da, glaub ich, 0,12. Klapp, 1, Mama. Ja, Peter, du bist gestorben. Hm, du bist gestorben. Ja, 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 ja. Ja, ganz lange hat angefangen. Oh, don't have to lie, son. Don't have to lie. Er muss ohne Kassel was sonst. Aber, aber, Adolf, oder? Natürlich, wie denn sonst? Was ist es ein bisschen? Ja, das ist ein bisschen. Äh, doch, dann war es, wie heißt du nur. Kann also einer von uns spritzen wo ein, weißer und dann kommt das in so eine Gebärmutter, so eine geliebene und dann läuft das. Ja, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht mal, wie man diese Methode nennt, außer. So, absolut widerlich wohl. Herr Gast geht auf Schule, hallo. So muss das. Was ist das für ein geiler Baum, ey. Muss da jemand Chris besichtigen? Wahrscheinlich hat Chris noch überhaupt nichts geworden. Das ist voll am Lieber. Ich such auch mal so einen Baum, macht der da hinten. Ne, oder da? Da, wo der Zaun obendrauf ist, oder? Oder ist das ein Zaun? Ach, da hinten. Richtig. Ich habe mich als erstes auf dem Baum hier gefunden, auf dem ganz großen. Oder auf den, auf den ich jetzt gleich drauf klettern. Was hat ihr denn? Und, guck mal, ich habe gerade ein bisschen. Ich habe als erstes Chris auf dem Baum hier gesehen, hatte. Guck mal, was mich das sieht. Wie Chris auf dem Baum habe ich sie gesehen. Okay. Guck mal, was ist denn? Ja. Hinter dir. Ja. Da oben, was, was. Sieht nett aus. Auch wenn die es nur von 10 Kilometern kam, aber sieht auch nicht aus. Oh. Da bin ich schon fast auf die Fresse von. Das wurde jetzt alles. Ja, okay. Jetzt ist es gleich mal ein Chris zu, der sich eincoilt. Hm. Ich mache das Haus gerade Toki sicher, also mit Schrauben. Ja, Toki sicher ist der kleine Mann. Was denn, du machst ja leider dran. Das wurde er. Ne, das ist ein Schrauben. Ja, ja. Hey, wo welches, welcher Baum ist das denn jetzt? Ah, scheiß Zaun. Sie, sie sieht mich irgendwie nicht. Ich bin gerade im Dumm. Ähm. Ja. Hallo. Was ist denn? Irgendwum Dumm. Nein, ich gehe mal raus von hier unten, sieht man mich nicht und dann losst der mich mal. Also irgendwie. So, und jetzt bin ich raus. Ich bin ganz oben auf dem Baum. Wo seid ihr denn? Ach da. Hallo. Ach da, da ist ein Baum mit Leitern. Sind das Leiter? Wo ist das? Ja, das ist Zaun. Sind keine Leitern an dem Baum. What the fuck? Ja, Moment, okay. Spring dir was essen mit. Das ist der Baum, hm? Das könnte der Baum sein, hm? Hm, das ist ein Peter. Kletter einfach mal auf den Baum drauf. Wenn die dann sonst was kann. Ja, das sieht man. Du musst einen Baum suchen, wo du tatsächlich, äh... Ich meine, ich komme jetzt zwar hoch, aber jetzt bin ich auf so einer Zwischenebene. Ist natürlich jetzt eher ungeil. So, bei meinem Baum gibt es halt eine Seite, wo man komplett hochkommt. Oh! Ich will doch keinen Fallschaden, what the fuck? Oh, und hier ist ein ganz tiefes Loch. Der kommt gleich noch, keine Ahnung. Echt? Okay, ich warte mal. Es gibt irgendwo einen Baum, wo man ganz hochkommt. Aber auch nur auf einer Seite, an einem speziellen... Der Baum, wo Zaun auf den Blättern drauf ist. Ich glaube, ich habe deinen Fehler gefunden. Fall jetzt nochmal runter. Nee, ich will nur danken da. Ja, ich war total verwirrt, weil ich... Also das ist das Einzige, was das eigentlich so sein könnte, glaube ich. Ja, das ist besser, dass ich nicht mehr OP bin. So, ähm... Kann ich auch... Nee, ich glaube nicht. Ich bin auch nur Baum, aber das ist halt nicht der Richtige zu sein. Sie haben auch keine Laie, äh, keine Zäune. Wo, von wo aus bist du in den Dschungel gegangen? Von unserem Haus. Ah, seh dich, seh dich, seh dich hier hinten, hier. Ah, da. Der Baum. Der Baum. Der Baum. Das muss man sagen. Ah. Ja, wo ist der Eingangsspot jetzt hier? Äh... Check. Ähm... Okay, ich denke, es sollte langsam wieder was essen. Ah, deswegen habe ich erscheint... Jetzt hast du kein Holz dabei. Okay. Ich hänge jetzt an dem Baum unten dran. Der Seite... Es wird schon wieder abends... Hä? Ist das doch jetzt nicht der Baum? Ach, ich sag mich, das ist nicht der Baum. Jetzt gehen wir doch mal hoch. What the fuck? Das ist doch der hier, oder nicht? Okay, 7, 8... 1, 2, 3... Der hier? Guck mal auf die Zwischenebene. Wenn man sieht... Oder vielleicht ist das der Baum und ich hab mich nur verguckt. Ich bin auch auf Zwischenebene. Ich bin auch auf Zwischenebene. Ich brüte die Konfuzinger. Das ist der Ente, das wüsste ich. Sicher? Weil ich bin hier auch Ente, 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 Ente. Das ist verkleidet. Dann kann ich dich natürlich erkennen. So. Ist das der Baum? Der Baum der Bäume. Weiß ich nicht. Siehst du nicht? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Wie bin ich jetzt denn an dem Baum vorbeigelaufen? Da bist du! Da bist du! Links! Links! Hier! Oh, okay. Ich lebe. Das ist dunkel. Ich komme mal zu Chris. Das ist schon safe. So, das ist der einzige Baum dennoch. Du, und hier, das ist der andere. Ähm, schlaf, verpiss mich mal. So. Na, das ist für mich langsam auch mal ne Option. Hast du Bett dabei? Äh, nee. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Aber wir haben die schöne Aussage hier. Was ist das? Das ist echt nice. Hey, der wird mal damit fallen. Das ist echt nice. Ah, du Missgestalt. Sag, du Missgestalt. Das ist halt jetzt noch ein bisschen klein, aber wenn ich mich dann halt noch irgendwann darüber baue, oder da rüber baue. So ein wissiges Netzwerk von Angst-Modus aktiviert. Äh, 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 äh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah, wir sind denn hier Spinnen, deinem Haus so vollidiot. Mama. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Luca? Aus Chris' Haus wegrennen. Äh, Chris' Haus. Aber ich schaue an. Oh, du Scheiß, geh nicht, du Katz. Ich laufe. Was, was sollen wir jetzt machen? Okay, ich runtergehe. Okay, ich kurz laufe. Okay, ich kurz laufe. Haus laufe ich nicht. Okay, lass mal versuchen, Robert. Ich leuchne das gleich mal aus, wenn wir da... Also, Schafe suchen und dann können wir... Echt, also, Party-Stimmung. Schaf, du. Oh, Toki, das sieht gleich gespickt aus. Ja, oder nicht? Das ist ein Skelett, oder? Das ist ein Skelett, ja. Das muss Peter dann den Weg bereiten. Los, Peter, komm! Schafe suchen, ey. Oh mein Gott, da war ein Krieg auf. Ich laufe einfach Richtung raus. Wollt schon funktionieren. Wo ist denn das? Der Toki, er wusste ich. Die Spinne, die Spinne. So, ich bin da. Toki, da war von allen Richtungen in deinem Körper Pfeile drin. Toki, du bist schon ein bisschen schlechter.